Ach, Herr Wansche, komm, wir teilen ein Rickshaw. Sehr gerne. Sie fahren bestimmt zu EuroCIS, richtig? Das ist richtig, ja, jedes Jahr. Eine Frage, warum fahren so viele Leute dahin? Weil die EuroCIS den Einzelhandel erlebbar macht. Hier kann ich die Produkte ausprobieren, anfassen, ich kann mich umfassend informieren. Und die ganze Welt des Einzelhandels ist an einem Ort zusammen. Das ist von der Besucher sicher, aber für Aussteller ist es immer zugebucht. Welche Vorteile hat Aussteller bei der Veranstaltung? EuroCIS ist die einzige Möglichkeit, dass die Besucher zu mir kommen und ich nicht das ganze Jahr über durch die ganze Republik fahren muss, um meine Kunden und potenziellen Kunden zu informieren. Das ist der große Vorteil, dass ich hier alle auch an einem Ort habe. Und was bietet ihr als Firma genau an? Die Rockio Commercial Solutions ist ein Zusammenschluss von drei Unternehmen. Zwei aus dem stationären und eins aus dem Online-Einzelhandel. Wir bieten ein nahtloses Omnichannel-Einkaufserlebnis für Kunden aus dem Non-Food-Bereich. Alles klar, dann wir sind fast da. Dankeschön. Super, vielen Dank.